Musik Schön, dass ihr hier seid. Auch ein sehr schickes Kleid, sehr außergewöhnlich. Wo hast du das denn her? Von Jo, liebenswerterweise. Haben sie mir zur Verfügung gestellt. Ich kam quasi drumherum, um was ziehe ich heute Abend an. Das war toll. Ja, Janine Reinheit ist ja quasi eigentlich eine ehemalige Kollegin heute von dir auch nominiert, die Jessica Schwarz als beste Schauspielerin. Was habt ihr für eine Beziehung oder kennt ihr euch? Ja, also wir haben beide, wie gesagt, mal bei Viva moderiert und sind jetzt beide im Schauspielfach. Also ich wünsche ihr sehr den Preis. Ich finde sie ganz großartig. Könnt ihr vielleicht auch anschätzen, was für eine Bedeutung hat eigentlich die Goldene Kamera, wenn man die gewinnt als Schauspieler? Ich glaube eine ganz besondere, das ist ja wieder der deutsche Oscar im Prinzip, den man hier kriegen kann. Und deswegen glaube ich, gerade als Jungdarsteller, wenn man ihn bekommen sollte oder wenn Jessica Schwarz den kriegen sollte, ich glaube, es geht weit nach oben dann. Dankeschön Janine Reinheit und Kostja Ullmann. Danke.